Herzlich willkommen meine lieben Specksteinfreunde. Hier ist der Peter. Heute gibt es ein neues Projekt Porsche 911 Carrera, auch sogenannter Entenwürzel. Oberfläche geschliffen mit 180, dann nass geschliffen ab 400 bis 2500 und als Oberfläche gibt es dann Litophin und Specksteinöl. Das Ergebnis kann sich langsam sehen lassen. Massstab 1 zu 40 Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Specksteinpedern かな sans 왓 received by